Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 10. März 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1175. Heute mit den folgenden Themen Opera, Apple, HomePod, Android und Instagram. Ich beginne gleich mit Opera und da im Genauen mit dem Opera GX, dem Gaming-Browser aus dem Hause Opera. Der spannt jetzt nämlich zusammen mit Logitech, genauer gesagt mit dem G-LightSync RGB. Damit könnt ihr eure Tastatur und die Maus natürlich auch, so wie das Mousepad, das so ein kleines Teil oben hat, was noch rumblinkt, blinken lassen. Je nachdem, wie ihr möchtet, beim Öffnen eines neuen Tabs, beim Reinkommen einer neuen DM und so weiter, lässt sich da ein bisschen was konfigurieren. Muss ich mal ausprobieren, das nächste Mal, wenn ich meinen Gaming-PC einschalte. Immer wieder, wenn eine Apple Keynote daherkommt, und über die habe ich ja am letzten Tag, genauer gesagt gestern, zusammen mit dem Mike berichtet, kommt irgendein Teil daher, das überrissen teuer ist, so zumindest die globale Meinung von drei Twitter-Nutzern. Oder ein paar mehr. Aber ja, es gibt immer wieder diese Aufschreie. Und diese gab es auch dieses Mal, denn Apple bietet neu ein drei Meter langes Thunderbolt 4-Kabel an. Das kostet euch ganze 159 Dollar, was in Euroen umgerechnet sind und somit wahrscheinlich auch in Schweizer Franken ca. 180 Währungseinheiten ausmachen. Klingt nach viel, ja, aber kann die einzige Option sein. Denn es gibt zwar unter zwei Meter langen Kabel mit Thunderbolt 4, zum Beispiel eines mit 1,8 Meter lang. Das kostet auch in Anführungs-Schlusszeichen nur 129, bei anderen Herstellern sogar zwischen 60 und 70 Währungseinheiten, ja, deutlich günstiger. Aber wenn ihr dann ein drei Meter langes Kabel oder fast drei Meter oder wie auch immer langes Kabel braucht, zumindest eines eben das länger als das vorher genannte ist, dann habt ihr keine andere Option als bei Apple zuzugreifen und bezahlt dann auch diesen Preis. Ich gehe mal stark davon aus, dass wenn die Verfügbarkeit von den Kabel runtergeht, dass es dann da auch bald mal andere Preise gibt. Aber wer aktuell so ein Kabel braucht, der kann sich nur da bedienen. Übrigens braucht ihr das vielleicht gar nichts, kommt immer davon, was man damit umsetzen möchte. Der Apple hat bei seinem 5K-Studio-Monitor nämlich auch in Anführungs-Schlusszeichen nur ein Thunderbolt 3-Kabel mitgeliefert und Sache bekommt man schon ab irgendwie, ich glaube, 70 Währungseinheiten oder sogar 45 Währungseinheiten. Genau. Aber eben, muss es Thunderbolt 4 sein, dann gibt es aktuell nur das von Apple. Weiter geht es mit dem Smartphone-Markt. Und zwar die zehn beliebtesten Smartphones im Jahre 2021. 2021. Counterpoint hat sich das im Ganzen angenommen. Und was denkt ihr, was da mit in der Top 10 ist? Wer jetzt hier Oppos, Sony, Samsung, Redmi, keine Ahnung, schlag mich tot, wie all die Firmen heissen, denkt nie, so ist es nicht. Es sind nämlich deren nur drei Firmen, die da drauf vorkommen. Und das ist zum einen Xiaomi mit zwei Smartphones. Das ist zum anderen einmal Samsung. Und wer hätte es gedacht? Siebenmal Apple mit einem iPhone. Und zwar auf dem Platz 1 iPhone 12. Was sehr eindrücklich ist, ist Platz 3, das iPhone 13. Das hat nämlich 1. September des letzten Jahres gestartet. Also war sehr kurz auf dem Markt und konnte sich trotzdem den dritten Platz angeln. Und ja, die ersten fünf Plätze sind durchgehend iPhone-Modelle. Und das sagt schon ziemlich viel aus über diesen Markt. Finde ich interessant. Weiter geht es mit genau dem Markt, aber speziell auf die Schweiz runtergebrochen. Gut, man kann noch sagen Belgien und Niederlanden, aber das sind eher weniger Zuhörer, die wir hier im Geek Talk Daily haben. Ja, wir bekommen den HomePod Mini endlich auch. Nachdem Anfang des Jahres, war es glaube ich, Österreich endlich auch durfte, dürfen wir Ende diesen Monats auch. Ich freue mich da schon sehr und bin überlegt, ob ich da nicht irgendwie investieren soll in neue Farben. Und meine Mädels hätten doch auch gerne so einen schlauen Speaker. Und da müssen sie sich nicht immer mit dieser Google-Tante rumärgern. Genau, weiter geht es gerade mit Google. Und da geht es nämlich um App-Archivierung. Ihr kennt das vielleicht vom iPhone, vom iPad und dem iPod Touch. Wenn ihr eine App habt, die ihr länger nicht gebraucht habt, schiebt die Apple in die iCloud. Die Daten werden natürlich nicht angerührt. Die bleiben erhalten, sodass ihr es einfach wieder restoren könnt, wenn ihr dann die App wieder braucht. Das spart euch Speicherplatz. Und das ist vor allem bei Geräten, die nicht allzu viel davon haben und oder einen grossen Verschleiss in der Richtung haben, ein Segen. Google geht jetzt da einen ähnlichen Weg. Auch sie möchten den Speicherplatz freischaufeln. Hierbei geht es aber nicht den gleichen Weg, wie ein Apple einschlägt, wo dann die komplette App weggeht. Hier gehen nur Fraktionen, Teilstücke, bis zu 60 Prozent von der App, lassen sich da irgendwie archivieren, in die Cloud rausschieben und so weiter und später dann wieder hervorholen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze klappen wird und wann das Feature dann auch in Android mit reinfließen wird. Bei Instagram gibt es eine neue Möglichkeit, um sich zu taggen oder besser gesagt andere zu taggen. Dabei geht es vor allem darum, dass man ganze Profilkategorien wählen kann und somit dann eben die genannten Nutzer auch diesen Beitrag dann schlussendlich wieder weiter teilen können. Ja, wenn man es braucht, es ist jetzt da. Und das waren es dann auch, all die Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch noch einen schönen und vor allem einen erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, bis zur nächsten Episode. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.